Und dann die Kommentare auch echt voll lieb, muss ich sagen. Immer Stegi hat das gemacht, Stegi hat meine Katze gerettet. Ach so, ja, okay. Stegi hat mir ein Haus gebaut. Aber du weißt, die Hälfte der Geschichten stimmen, wirklich, ne? Ja, natürlich, natürlich. Deswegen bin ich gerade in diesem Call, hallo? Ja, das ist gut.